Tepo und Schweden ob Yacht sind wir heute nicht nach Wild im Sinne dessen, dass wir mal wieder was aus der Wildbahn entnehmen können, sondern heute wollen wir der Wildbahn etwas zurückgeben, nämlich junge Seehunde, die als Heuler auf Sandbänken gefunden worden sind und hier in der Seehundstation aufgepäppelt worden sind. Und das ist ein riesiges, super Projekt, auch der Jägerinnen und Jäger vor Ort, die das unterstützen. Und wir freuen uns ganz besonders, heute hier sein zu dürfen. Ja, vielen Dank. Das ist Dr. P. Dinau neben mir, der Chef von dieser Seehundstation, gemeinsam mit Tim Fetting, der so das ganze Prozedere, wie das alles abläuft hier so, berichtige mich bitte, wenn das falsch ist. Wir haben heute sehr viel vor, wir fahren auch noch raus und wollen tatsächlich welche auswildern, deswegen sind wir so wunderbar leger gekleidet. Mit Badelatschen sogar. Aber Piet, erzähl doch mal ganz kurz so ein bisschen zu den Hintergründen dieser Seehundstation. Ja, also die Seehundstation wurde 1971 bereits gegründet und seit diesem Zeitraum, also 50-jähriges Jubiläum, was wir jetzt feiern können, haben wir uns von Norden nach Nordreich aufgemacht und hier hat sich jetzt ein System gebildet, wie wir das gesamte niedersächsische Wattenmeer betreuen können mit sehr viel ehrenamtlicher Unterstützung. Hier vor Ort sind es mittlerweile 41 Mitarbeiter plus 12 in freiwilligen Diensten, die dafür Sorge tragen, dass Seehunde, Kegelrobben, aber auch die Vogelwelt der Küste wohl betreut wird. Sehr schön und das gucken wir uns jetzt ganz genau an. Nachher treffen wir auch noch zwei Wattenjagdaufseher, die tatsächlich zu euch diese Seehunde bringen und ja, es wird ein spannender Clip und bleibt dabei. Also Tim, hier kommen jetzt die Peuler aus dem Waloseum, die in Quarantäne waren, her. Genau, in Waloseum haben wir die Quarantäne-Station, da sind die so fünf bis zehn Tage circa, dann geht es zur Aufzucht hier weiter rüber in die Seehundsstation nach Nordreich und hier haben wir unterschiedlichste Becken, wir haben diese Kleineinheiten hier, wo wir die Tiere erstmal unterbringen, wenn wir sie noch zwangsernähern müssen oder wenn wir sie genau im Auge behalten müssen, bis sie selbstständig genügend fressen und dann ist es so, dass sie in die großen Auswilderungsbecken kommen, wo sie dann mit mehreren Artgenossen sind und dann werfen wir den Fisch da eigentlich nur noch ins Wasser, haben keinen Kontakt mehr zu den Tieren und sie müssen sich selbstständig holen. Und Quarantäne, was für, entschuldigen Christian, was für Krankheiten sind da? Ich habe gelesen, Grippe und Staupe ist immer wieder… In der Staupe hatten wir ja zwei große Ausbrüche, 88 und 2002, das ist immer eingeschleppt worden durch arktische Robben, das ist momentan aber nicht der Fall, dass wir irgendwo noch Staupe haben. Quarantäne haben wir tatsächlich, weil wir mit Wildtieren arbeiten, wenn man mit Wildtieren arbeitet, hat man automatisch eine Quarantäne-Pflicht, um das abzuchecken. Das heißt, die Tiere dort werden auch von unserer Tierärztin untersucht und nach dieser kurzen Quarantäne-Zeit kommen sie dann aber auch hier rüber und gehen in die reguläre Aufzucht weiter rein. Und wenn du jetzt solche Heule hast, wie viel fressen die dann am Tag und wie läuft das mit dieser Zwangsernährung? Die haben ja auch nicht immer nur Appetit mitgebracht. Ja, es gibt unterschiedliche Stadien. Wenn wir von den ganz jungen Tieren sprechen, das ist tatsächlich so im Juno-Bereich, dann müssen wir die Mutter erstmal ersetzen. Die kommen teilweise mit Nabelschnur, das heißt sie sind unter sieben Tage alt. Und dann müssen wir natürlich auch einen Milchersatz füttern. Unser Muttermilchersatz ist eine Lachsemusion. Die verfüttern wir über einen Silikonschlauch, über einen fingerstarken Silikonschlauch. Der wird kurz bis vor dem Magen geschoben, oben ist ein Trichter drauf. Dort kommt die Lachsemusion hinein, das ist so eine Kraftbrühe letztendlich. Und so werden sie die ersten 14 Tage gefüttert, werden aber in der Zeit schon so langsam aber sicher auch an ganze Fische gewöhnt. Und so ab dem achten Tag bekommt jeder See unseren ersten Fisch. Und ab 14 Tagen sind sie auf Fisch umgestellt. Allerdings fressen sie noch nicht selbstständig. Das heißt, dann brauchen wir noch mal eine kurze Zeit mit Zwangsernährung und daran Gewöhnung, dass sie dann auch selbstständig werden. Und wenn sie das sind, dann kommen sie rüber ins Auswilderungsbecken. Und kurz vor der Auswilderung kann man wirklich sagen, dass sie sich so 3-4 kg Hering pro Nase am Tag reinziehen. Tierpflegerisch ist das mittelmäßig sauber, muss man ganz ehrlich sagen. Wir gehen immer dann, wenn sie selbstständig fressen, an die Kapazitätsgrenze. Das heißt, sie legen in einer Woche auch mal 4-5 kg zu. Liegt einfach daran, dass wir die Tiere schnellstmöglich wieder auswildern wollen. Und dafür brauchen sie eine ordentliche Fettschicht und müssen fit sein. Ja, okay. Ja, man sieht ja jetzt auch die richtigen Unterschiede. Der, der da so sitzt im Wasser, der ist ja das Doppelte von dem, der da so ein bisschen fröstelt. Was ich da wirklich sehr spannend finde, ist, dass das abgemagerte Tier vorne in dem Becken tatsächlich in dem Alterbereich tatsächlich ungefähr genauso alt sein wird wie er. Er wirkt nur einfach so klein und so jung, weil er so extrem abgemagert ist. Das ist einfach der Grund. Die Hauptwurfzeit bei Seehunden ist einfach von Mitte Juno bis Ende Juno, kann man sagen. Bei den Jungtieren, bei den verwaist aufgefundenen Jungtieren, bekommen wir unsere Haupteinlieferungszahlen 90 Prozent vom 10. Juni bis 10. Juli. In der kurzen Zeit ist die absolute Haupteinlieferungszahlen. Und den habt ihr jetzt schon ein bisschen länger aufgepäppelt als den anderen? Oder war der einfach besser konditioniert, als er herkam? Ne, der war tatsächlich schon ein bisschen länger bei uns und dementsprechend schon ein bisschen fitter. Da hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten an der Hinterflosse. Das heißt, der war schon einmal im Auswilderungsbecken. Dann haben wir das Problem, der hat eine leichte Entzündung in der Hinterflosse gehabt, haben wir festgestellt. Deswegen ist er jetzt noch einmal retourgekommen, damit wir ihn besser beobachten können. Und deswegen ist er jetzt nochmal hier in dem. Oh, da sieht man schon so ein richtiges Doppelkind. Das ist spannend, ja. Bei Seehunden ist das allerdings... Du versteckst das ja mit deinem Bart ganz schön. Übrigens, die Barthaare beim Seehund sind das beste Sinnesorgan. Finde ich total spannend. Die Vibrissen, man erforscht es ja. Prof. Dr. Dehnhardt macht das im Marine Science Center. Die haben die Vibrissen erforscht. Und wenn ein Seehund in der freien Nordsee schwimmt, ist es tatsächlich so, dass der, wenn der Fisch weg ist, schon 180 Meter weg ist, hinterlässt er eine Spur im Wasser durch seine Bewegung, kann der Seehund nur mit Hilfe seiner Barthaare den Fischpferd aufnehmen, verfolgen und sich den Fisch zu Beute machen. Das ist ja schon eine faszinierende Wildart, ne? Ja, absolut. Die haben schon andere Fähigkeiten als wir. Och, ich fühle auch viel mit meinem Bart. Wäre vielleicht auch bei einer Schweißpferde immer nah am Grund, schön langsam ruhig ausarbeiten, wäre vielleicht auch noch eine Variante. Du hast es ja auch nicht so weit bis zum Grund. Ja, der kam aber früh diesmal. Oh, das sind aber schon keine Heuler mehr, oder? Also, wir haben jetzt hier unsere Auswilderungsbecken. Das sind Tiere, die jetzt eigentlich so kurz vor der Auswilderung stehen, kann man sagen. Auch bei diesem Becken genauso. Oh, guck mal. Da sieht man auch gleich ein paar mehr Tiere. Man sieht auch gerade, dass sie sich gerade so ein bisschen sammeln. Das ist einfach kurz vor der Fütterung. Wir werden gleich die Fütterung erleben. Ja. Deswegen sind sie jetzt einfach schon mal so ein bisschen neugieriger. Im hinteren Bereich hat man gerade zwei größere Tiere gesehen, wo du sagtest, das sind aber keine Heuler mehr. Das sind tatsächlich zwei Ausnahmen von uns. Das sind zwei Dauergäste. Ja. Der eine ist erwachsen, als er schon erwachsen war, handzahm gefunden worden. Vorgeschichte unbekannt. Der ist in Bremerhaven aus der Weser gerubbt. Ach was. Ich glaube, das habe ich irgendwo gelebt. Ich konnte das damals auch nicht glauben, als der Anruf kam. Aber letztendlich sind wir hingefahren. Der war tatsächlich sehr auf dem Menschen fixiert. Wir wissen nicht warum. Und der andere, der dort noch schwimmt, ist ein Tier, das verkürzte Flossen hat. Das heißt, der hat um 50 Prozent reduzierte Flipper, vorder- und hinterflipper. Dem fehlen quasi die Finger, wenn man das vereinfacht sagt. Das sind einfach zwei Tiere, die dauerhaft bei uns bleiben. Die könnten so nicht überleben wahrscheinlich? Der auf Menschen fixiert das schon mal nicht. Und der mit den verkürzten Flossen hat tatsächlich auch da einen sehr großen Nachteil, wo wir nicht sicher waren, dass er überleben kann. Wie kommt das? Durch eine Schiffsschraube? Angeboren tatsächlich. Der ist schon so gekommen und das gerade wird angeboren gewesen sein. Was ist hier eure Erfolgsquote bei Heulern, die ihr gebracht bekommt? Ich meine, die Wattenjagdaufseher sind ja schon sehr erfahren. Aber wenn ihr die Heuler bekommt, 90 Prozent kriegt ihr durch? Fakten, hohe Zahlen. Wenn ich das dieses Jahr mal münzen möchte, ist es so, dass wir 127 Tiere eingeliefert bekommen haben, die als Jungtiere zählen. Wir gehen da bis zum 31.07. Tiere, die danach kommen, wären eigentlich schon selbstständig. Und dieses Jahr sind 9,7 Prozent der Tiere nicht überlebensfähig gewesen. Das heißt, sie sind angekommen und wurden bei Ankunft direkt eingeschläfert. Weil einfach die Chance nicht dabei, sie aufzuziehen. Weil die dann noch abgekommener waren als irgendwelche Krankheiten? Zum Beispiel abgekommener oder schwere Verletzungen. Meistens allerdings stark abgekommen, sodass man die Aufzucht nicht mehr starten kann. Gibt es denn da auch erwachsene Tiere, die dann so in Not geratene Heuler dann auch angreifen? Also wir haben ja als zweite heimische Robbenart die Kegelrobben. Bei den Kegelrobben weiß man, dass sie durchaus auch Seehunde mittlerweile fangen und sich zu Beute machen. Seehunde vergewaltigen. Man kennt mittlerweile Kannibalismus bei Kegelrobben. Von daher kann das bei Kegelrobben schon vorkommen. Allerdings ist es in Niedersachsen so in unserem Bereich, dass wir ungefähr von einer Populationsgroße bei den Seehunden von 10.000 Tieren plus sprechen. Bei den Kegelrobben eher so von 600 Tieren. Das heißt, die Kegelrobbe ist zwar im Wattenmeer als solches schon gut vertreten. Helgoland zum Beispiel, schleswig-holsteinischer Bereich. Aber bei uns in Niedersachsen wächst sie zwar stetig, aber ist noch nicht so groß in der Population. Also kann man sagen, es sind ja so quasi Verwandte, sind ja beides Robbenartige. Dass also aber der Seehund doch ein bisschen sozialverträglicher ist als die Kegelrobbe? Nein, tatsächlich nicht. Der Seehunde ist einzelgängerisch lebend. Das ist ganz spannend. Wenn man Tiere auf der Sandbank beobachtet, sieht man, dass die Seehunde alle mindestens einen Meter Abstand zueinander haben. Die liegen doch alle für sich alleine. Bei den Kegelrobben gibt es schon eher auch eine Gruppenstruktur. Das gibt es bei Seehunden allerdings nicht. Aber wir haben ja keine Vergewaltigung und keinen Kannibalismus bei den Seehunden. Ja, absolut. Allerdings ist es bei den Kegelrobben so. Wahrscheinlich, weil sie einfach dementsprechend ein bisschen größer sind. Wenn man überlegt, eine Kegelrobbe ist Deutschlands größtes Raubtier. Ein Männchen, wenn das ausgewachsen ist, 2,50 Meter Länge mit 300 Kilogramm. Das sind schon Ausmaße. Bei den Seehunden Männchen kann man sagen ungefähr 1,80 Meter. Das heißt so meine Statur mit so ungefähr 100 Kilogramm Körpergewicht. Und dementsprechend sind da junge Kegelrobbenbullen, die in der normalen Brumpfzeit nicht zum Zuge kommen, sicherlich dann auch mal gewollt sich irgendwo einen Seehund zu nehmen. Oder Hündin wahrscheinlich. Ich glaube, das ist ihnen tatsächlich wahrscheinlich egal. Sag man da Fehl eigentlich? Tim, sag man Fehl bei dem Seehundweibchen? Bei den Seehundweibchen. Ja, wir sprechen immer tatsächlich von weiblichen und männlichen Tieren. Okay. Wir müssten das vielleicht nachher nochmal ausdiskutieren, wenn wir auf See sind. Sehr gut. Das kriegen wir hin. Also wie viel Kilo Fisch gehen hier am Tag durch und wo kommt der her? Also es ist zum einen immer ganz unterschiedlich, deswegen kann man nie so richtige Kilo-Zahlen nennen. Ja. Weil die Tiere in unterschiedlichen Fütterungsstadium sind. Kurz vor der Auswilderung frisst so ein Seehund am Tag drei bis vier Kilogramm, kann man sagen. Das ist aber auch schon wirklich ein Maximum, wo sie sehr schnell an Gewicht zulegen, was wir wollen. Draußen werden sie sicherlich ein bisschen weniger fressen. Und den Fisch bekommen wir momentan aus Bremerhaven geliefert, ist allerdings ein irischer Hering. Ja. Es ist unglaublich schwierig einen deutschen Hering zu bekommen. Also ich habe es lange probiert, habe es nicht geschafft. Ja. Und dieser irische Hering wird an Bord direkt schockgefroren und den bekommen wir in 20 Kilogramm-Paletten. Haben eine Tiefkühlmöglichkeit auf 5 Tonnen, wo wir vorlagern können. Und da können wir aber wieder rausholen, auftauen und das dann direkt verfüttern. Ja. Nun hat man ja früher den Seehund und allgemein die Robben stark bejagt, weil man davon ausgegangen ist, dass es ja ein großer Nahrungskonkurrent der Fischerei gewesen ist. Es gab ja sogar Abschussprämien Anfang des vorletzten Jahrhunderts. Nein, Anfang des letzten Jahrhunderts. So um 1900, 1910 bekam man 5 Mark für jeden Seehund, den man erlegt hat. Und die damaligen Seehundjäger haben davon auch gut gelebt. Wie ist das heute, wenn man sich also überlegt, du sagtest vorhin, wir hätten ungefähr 10.000 Seehunde in der deutschen Bucht oder zumindest im niedersächsischen Bereich. Nur im niedersächsischen Bereich. Dazu kommt ja dann noch der schleswig-holsteinische Teil. Ist denn das wirklich auch heute ein veritabler Konkurrent zur Fischerei? Sind diese, ich sag mal, Schäden an der Fischerei so groß, dass man sich Sorgen machen müsste, dass man da eine Bestandsregulierung machen müsste, dass die Fische vielleicht auch dadurch schon in ihrem Bestand gefährdet werden? Ja. Also der Seehund wird sich sicherlich seinen Deputat in der Nordsee abholen. Gar keine Frage. Aber er ist ein Nahrungsopportunist. Und das, was man in See und Mägen gefunden hat, ist ungefähr 5% von dem, was für den Fischer überhaupt zum einen erstmal interessant wäre. Des Weiteren muss man natürlich auch sagen, dass man dem Kutterfahrer hier vor Ort nicht mal ansatzweise einen Vorwurf machen kann. Ich glaube eher, dass es große Fischfang-Trawler sind aus dem dänischen Bereich, aus dem niederländischen Bereich, die sich mit den Schleppnetzen die Nachzucht, die Struktur der Nachzucht einfach auch schon mit zerstört. Und ich glaube, dass sicherlich auch jeder Fischer eigentlich genau weiß, wo letztendlich die Probleme sind. Und von daher würde ich sagen, es ist nicht das Problem, dass der Seehund da ist und dass die Population momentan 10.000 Tiere in Niedersachsen beträgt, sondern da sicherlich andere Sachen für verantwortlich sind. Und wenn du sagst, man hat die Mägen mal untersucht und den Inhalt festgestellt, was ist da drin? Wovon ernähren die sich jetzt nicht wie von deinen Heringen, die du jetzt tiefgefroren bekommst, sondern wenn sie draußen auf den Seehundbänken gesessen haben und dann auf Jagd gehen, wovon ernähren die sich da? Also das ist ganz unterschiedlich. Zum einen hat man bei den Jungtieren maßgeblich Nordseegranat, die Nordsee-Krabben. Die wen ihr sicherlich vom Krabbenbrötchen kennt mit Remoulade. Die lassen das Brötchen und Remoulade weg. Das sind nur die Krabben, allerdings mit Panzer und nicht gekocht. Der Seehund hat ein Reusengebiss. Das heißt, die Jungtiere, gerade die Jungtiere, ist der Nordseegranat eine einfache Beute. Die ist reichlich vorhanden, die können sie gut fangen. Das Reusengebiss bedeutet, die Zähne greifen ineinander. Es bleiben kleine Lücken, wo sie das Salzwasser wieder rausdrücken können, sobald die Krabbe im Maul ist. Und dann schlucken sie sie so runter. Bei den älteren Tieren hat man herausgefunden, dass sie gerne im Bändischen, also im Bodenbereich jagen und da sicherlich auch gerne mal auf Plattfische jagen. Aber ansonsten muss man wirklich sagen, Nahrungs-Apotenissen. Das heißt, von der Strandkrabbe über die Nordseegarnele bis zu jedem Fisch, den man noch bekommen kann, wo man flott genug für ist, gedient sicherlich als Nahrung beim See. Aber nur Fische und Granat, wie du sagst? Also keine anderen Säugetiere oder sowas, die vielleicht auch irgendwie unterwegs sind? Oder Vögel oder Aas? Wie sieht es damit aus? Ja, hat man bei Seehunden so nicht beobachtet. Also es gab irgendwo mal eine kurze Doku oder ein kurzes Schriftstück, wo man geschrieben hat, dass man beobachtet hat, dass an den Seehunden mal eine Alderente unter Wasser gezogen hat. Ich glaube allerdings eher, dass es sich da wahrscheinlich auch um eine Kegelrobbe gehandelt hat. Das ist so eine zweite heimische Robbenart ja. Und die Kegelrobben, zum einen Deutschlands größtes Raubtier mit 2,50 Meter und 300 Kilogramm. Die männlichen Tiere wären ein bisschen größer. Das sind schon ordentliche Ausmaße. Bei denen weiß man ja auch, dass sie auch mal einen Seehund fressen. Und bei denen weiß man eigentlich auch, dass sie sich auch durchaus mal einen Vogel fangen, wenn sie die Chance dazu haben. Und Eiderenten, gerade vielleicht wenn sie in einer Mauser sind, auf dem Wasser ein bisschen rumtreiben, lassen sie sich von unten auch gut greifen. Gut, dann lass uns jetzt mal zur Tat schreiten. Genau, jetzt fangen wir die Heule ein und bringen sie nach England. Ja, hoffentlich haben wir genug Flüssigkeit an Bord, dass wir die Fahrt nach England machen. Ja. Sehr schön. Da ist noch ein Fisch. Komm her. Wurcht exerziert ist der nicht. Nein. Aber er hat jetzt auch gefressen. Ne, hier liegen noch vier, fünf Stück. Echt? Ja. 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 Ja, ich bin noch vier, fünf Stück. Ja. 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 So, bevor wir jetzt hier tatsächlich die Heule einladen, haben wir natürlich die zwei Wattenjagd-Aufseer schon geladen. Das sind einmal, ihr dürft ruhig herkommen, das sind einmal Jonny und Finky, das sind die Wattenjagd-Aufseer vom Hege- und Borkum, also richtige Insulaner, die wissen ganz genau, wo die Kleinen am besten ihr neues Zuhause finden. Moin, Moin, Frau Geiche-Dank, ja und jetzt packen wir tatsächlich die Seehunde ein. Deswegen brauche ich eure Unterstützung, ich würde sie ins Körbchen packen und dann müsst ihr es verschnüren und dann ab dafür ins Auto. So mock wie dat. Prima. Ist das auch so, dass Bernd das mittragen kann oder ist das zu schwer für ihn? Ja, er braucht auf jeden Fall, wenn er fünf Kilo Schein hat, dann müssen wir nochmal drüber nachdenken. Nein, jetzt geht's. Immer auf die kleinen dicken Ernstländer, die nicht schwimmen können. Einer von euren tatsächlich. Ja, wir haben sogar zwei Borkumer heute dabei, einer noch aus Cuxhaven. Also der kommt aus Borkum und kommt jetzt auch nach Borkum wieder zurück. Der sieht auf Juist aus tatsächlich, ich weiß gar nicht, aber ich denke… Die Juister sind unsere Kumpels, das ist alles in Ordnung. Damit kommen wir zurecht. Und wenn die Borkumer nicht zu ihm waren, vielleicht schwimmt er ja auch einfach wieder zurück nach Borkum. Er hat ja dann das freie Leben vor sich. Ja, der guckt schon so, der kann machen, was er möchte. Oder hat er zu dir hingeschielt, Jonny? Also Tim hat das vorhin schon erzählt, bevor die hier in dieses Becken bzw. in diesen Bereich nicht reingekommen sind, wurden die von einem Tierarzt begutachtet, bewogen und natürlich dafür befunden, dass sie jetzt in die Freiheit auch entlassen werden dürfen gleich. Ist richtig, Tim, ne? Ich hab gerade leider nicht zugehört, Entschuldigung. Du hast gerade gesagt, bevor wir hier reingekommen sind, habt ihr die von einem Tierarzt begutachten lassen, dass die fit sind, das Gewicht haben. Also die waren im Auswilderungsbecken, haben eine ordentliche Fettschicht aufgebaut, die ist enorm wichtig. Von der können sie jetzt die nächsten 14 Tage bis drei Wochen zehren, ohne zu fressen, ohne Wasser zu trinken. Ach krass. Können das alles aus dem Fett generieren. Ja. Und haben nochmal einen tierzlichen Check hinter sich gebracht, sind fit und dementsprechend fit und fett für die freie Wildbahn. Ja, stark. Gut. Magst du dir auch einmal hier vorstellen und den Deckel aufmachen? Das ist ja auch gleich schon akkurat hingelegt, Fingy. Macht Sinn, ne? Macht Sinn. Was denn? Habt ihr nicht zum ersten Mal gemacht heute, ne? Ne, und wieder du. Habt ihr die auch selber hier geflochten, die Körbe? Ne, ich hätte allerdings gedacht, dass du wirklich den 5-Kilo-Schein hast, dass du erst mit dem dritten Korb kommst, aber du kochst jetzt auch dann nochmal raus, von daher ist alles gut. Machen wir es hier wieder genauso. Einmal andersrum, weil das hier die Rückseite ist. Ja. Einfach aufklappen. So. Und dann packe ich ihn rein. Aber ich muss keine Angst haben, dass der mich jetzt packt, ne? Ja, prinzipiell schon. Okay. Es ist einfach wild hier drin. Wenn wir nicht wissen, was wir tun, haben wir einfach auch ein Problem. Ja. Das sieht immer alles so harmlos aus, was es aber letztendlich nicht ist. Ja. Ganz spannend ist beim Seehund, der hat eine S-förmige Wirbelsäule. Das heißt, die können ein ganzes Stück ganz schnell überbrücken, um Beute zu machen. Und das können Sie natürlich auch zu deiner Hand relativ schnell überbrücken. Alles klar. Deswegen muss man immer prinzipiell aufpassen. Dann machen wir da vielleicht mal den Strick drum. Also wir legen den da auf den Strick und dann... So. Dann nehmen wir das Ende. Und ich nehme das hier. So, soll ich das nochmal richtig festmachen? Sicher und safe, ja? Ja. Gut. Dann nehmen wir noch einen vierten mit. Das ist die Lilly, die kommt auch noch mit. So wie die. Uh, ob wir den Lohnen bringen. Bittgen Schreck hab ich ja. Als wir sie eingefangen haben, konnte sie noch in allen Arm hochziehen. Das Geburtsgewicht ist ungefähr bei acht bis zehn Kilogramm, kann man sagen. Jetzt haben sie ja zwischen 25 und 30 Kilogramm circa, kann man auch sagen. Ja. Und dementsprechend haben sie schon ordentlich an Gewicht gezogen. Prima. Und jetzt packen wir die ins Auto? Jetzt kommen sie ins Auto und dann fahren wir in den Hafen und dann geht die fröhliche Ausbildung los. Wunderbar. Ich mach das Auto mal auf. Also da ist jetzt ja auch wichtig, das ist jetzt nicht wie bei so einem Baal oder so was, die brauchen wir jetzt nicht zwischendurch mit Wasser zu begießen. Nein, absolut nicht. Seehunde haben ja ein Fell, die liegen manchmal auch gerne drei bis vier Tage lang am Strand, um sich einfach nur auszuruhen und gehen dann auch gerne mal drei bis vier Tage lang auf Yard. Kommen die alle hier rein? Ja, links rein. Jawoll. Du bekommst jetzt hier auch einen Praktikantenvertrag, Bernd. Ja? Ja, super. Aber kriegen die dann gleich auch Heimweh, wenn wir die aussetzen? Wie, klaro. Wie traurig. Ist es jetzt besser zu schieben oder zu ziehen? Ich schiebe aber. Ich frage für einen Freund. Geht das mit der fünf Kilo Scheine oder soll ich dir helfen? Das geht, das geht. Danke. Moin. Du musst dir jetzt gut draufhalten, Mikey. Der Tepper arbeitet. Das sieht man nicht so häufig. Bitte? Achso, wir müssen ja hierher, ne? Ja, das ist auch nicht klar. некw. Ja, das geht. Ja, das tud. Du musst seine Seite. Hallo. Davos. Das ist gut. Davos. Man ist mir den Knopf. Man ist nicht aufgeregt. Hottlager. Ja, Finky, Jonny, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt und uns da jetzt hier nochmal rauszufahren. Viele können sich ja nicht darunter vorstellen, was ein Wackenjagd auf See eigentlich so macht. Was ist eure Aufgabe? Tja, was soll ich sagen, du? Das ist ja jetzt eigentlich das Endprodukt, was wir jetzt gerade machen, die Wiederauswilderung. Vor dem haben wir sie wahrscheinlich, vielleicht nicht dieser, aber welche von den Seehunden irgendwann mal eingefangen. Bei uns auf der Heimatinsel Borkum haben sie nach Norddeich geschickt und da sind sie aufgepäppelt worden. Jetzt kommt ja die Frucht unserer Arbeit, der Lohn der Arbeit und jetzt wildern wir sie wieder aus. Das ist unsere Aufgabe. Ja, und Jonny, Ihr seid ja speziell ausgebildet. Das heißt, ihr könnt auch vor Ort in enger Absprache entscheiden, ob sich das noch lohnt oder nicht. Das müssen wir sogar, um unseren Helgeauftrag erfüllen zu können. Denn du musst dir vorstellen, wenn das Tier schwerst verletzt ist, bis wir es dann wirklich in Norden-Norddeich bei der Seehundsstation hätten, vergehen Stunden und ohne dicke Qualen. Und dann schließen wir uns kurz mit dem Team, mit den heutigen Möglichkeiten, schnell ein Video rüberzuschicken, werden wir uns kurz schließen. Und dann müssen wir unter Umständen auch mal ein Tier erlösen. Ihr macht das ja alles ehrenamtlich. Ihr bekommt ja kein Geld dafür, seid keine Wattenmeer-Ranger oder sowas. Ist denn das, was wir jetzt hier machen, so der Mühepreis, wenn es dann um die Auswilderung geht? Und ihr seht dann hinterher auf den Sandbänken dann die fidelen Seehunde, die vielleicht mal einsame Heuler gewesen sind? Würde ich persönlich jetzt nur kommentieren mit Faszination, Meeresäuger. Man ist auf einer Insel geboren, wir haben eigentlich immer damit zu tun seit unserer Kindheit, dass das Binde, das ist ein unbeschreibliches Verhältnis zu diesen Tieren. Wie lange macht ihr diesen Job schon? Na, schon einige Jahre. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich auch nie ein bisschen länger wie ich ein paar Jährchen. Aber es ist schon eine ganz schöne Zeit so ins Land gegangen. Und wie viele Heule habt ihr dabei schon gerettet? Kann man das so sagen? Also wir haben jetzt mal durchgezählt. Dieses Jahr sind wir beide zusammen. Bislang, ich glaube, 41. Ich weiß, nee, jetzt ist schon wieder ein bisschen was draufgekommen. Also auf jeden Fall so. Nur dieses Jahr? Nur dieses Jahr. Ja, ja. Das sind jetzt die, die wir nach Norddeich eingeliefert haben. Das sind aber lange nicht die Einsätze, die wir gefahren haben. Sprich, wenn ein einzelnes Tier am Strand in einem blöden Strandabschnitt liegt, dass wir da mal was absperren müssen, dass keine Touristen drankommen oder, oder wie Jonny schon sagte, mal ein verletztes Tier erlösen müssen oder auch mal ein Kadaver einsammeln oder, oder, oder. Also es ist jetzt nicht nur, dass wir jedes Tier nach Norddeich schicken. Vielleicht darf man auch nicht vergessen zu sagen, dass wir viele Aufträge auch abarbeiten, wenn ich das mal so benennen darf, für die Vogelaufzugsstation an Meeresvögeln, was wir dann auch rüber schicken nach Norddeich, wo sich auch super drum gekümmert wird. Das ist sehr schwierig, Vögel der Hochsee, die du eigentlich nie am Strand findest, dann doch aufzugreifen und nach Norddeich zu schicken. Und das Team wird sich darum kümmern. Das gehört also auch zu unseren Aufgaben. Da haben wir neulich doch jetzt was hast du noch rüber geschickt. Was kann man denn den Touristen, die ja jetzt hier auch wieder nach Corona da sind, empfehlen, wenn sie denn solche Heuler finden oder wenn sie dann auch vielleicht einsame Meeresvögel sehen? Was sollen die damit machen? Sollen sie die mit nach Hause nehmen? Sollen sie mit ins Hotel nehmen? Natürlich auf gar keinen Fall mit nach Hause nehmen, das ist ja völliger Humbug. Aber ich sag mal, erste Prämisse wäre mal Abstand halten und sich von dem Tier fernhalten. Und ein Heuler ist ja nicht gleich ein Heuler, nur weil da ein Seehund liegt. Der Heuler wird ja erst zum Heuler gemacht, dadurch, dass die Leute zu sehr die Nähe der Tiere suchen, sie möglicherweise vielleicht noch berühren, ihre Hunde damit in Berührung kommen lassen, sodass das Muttertier nicht mehr in der Lage ist, sich seinem Baby, dem Jungtier zu nähern. Das ist das größte Problem. Das ist das größte Problem, definitiv. Von Menschen an gemachte Probleme. Ja gut, und da muss man, der eingeschränkte Lebensraum halt auch, man muss sich vorstellen, des Nachts mit auflaufend Wasser kommt ein Muttertier mit ihrem Jungen, legt es am Strand ab, geht selber zum Fressen. Und bevor die nächste Flut kommt und sie ihr Baby abholen will, wird es Tag, die ersten Gäste sind am Strand, marschieren dann dort dran vorbei und dann kommt natürlich die Mutter auch nicht mehr wieder, um ihr Kind in Empfang zu nehmen. Dann treten wir in Aktion, weil gar keine andere Möglichkeit mehr besteht und werden dann zum Heuler gewordenen, den Tieren dann habhaft und kümmern uns um das Weitere. Also muss man den Touristen ins Stammbuch schreiben, lass die Tiere in Ruhe? Ja, das ist vordergründig natürlich ganz vorderlich. Bis auf welche Entfernung dürfen die sich vielleicht maximal nähern? Man sagt, man soll 300 Meter einhalten, aber in vielen Fällen ist das gar nicht möglich. Das schaffst du gar nicht. Du hast schmale Strandabschnitte, da sind vielleicht gerade mal 50 Meter möglich. Manchmal noch weniger. Man muss sich das so vorstellen, man nimmt einen großen Strandabschnitt. Man freut sich des Lebens, dass man jetzt gerade im Urlaub ist und auf einmal liegt da dann so ein grauer, dunkelgrauer Klops, den man vielleicht noch gar nicht identifiziert hat. Oh, ein Seerund. Ja gut, dann versuche ich natürlich möglichst Abstand zu halten, versuche mich zu entfernen und vielleicht sollte man dann die zuständigen Stellen schon mal informieren. Das wäre dann die Seerundstation Norddeich bei uns. Die würden uns informieren und wir gucken uns das Ganze mal an, ob wir da einschreiten müssen überhaupt. Es gibt ja jetzt auch einen Bruchteil von den Touristen, die das Ganze kritisch sehen, weil sie nicht kapiert haben, was eure Arbeit eigentlich ist. Ja klar, die gibt es ja bei allen Sachen, oder? Die es einfach nicht verstehen, was die Aufgabe ist. Ich meine, wir brauchen uns nicht überhaupt halten. Viele Menschen, gerade aus den Städten, die haben sich der Natur so entfremdet. Ich habe neulich mal mit einer Frau gesprochen, hatte ich auch schon mal angesprochen, die weiß gar nicht, was eine Brut- und Setzzeit ist. Die wird es bei denen nicht geben. Also die wissen gar nicht, dass Tiere irgendwo in der Natur geboren werden und auch sterben, unter anderem. Die haben sich einfach sehr weit entfernt von der Natur. Ja, das gehört ja auch, wenn sie wirklich zu unserem Aufgabenbereich zusammen mit der Seerundsaufzugsstation Informations- und Aufklärungsarbeit zu liefern. Sei es über Flyer, die man heute benutzt, oder persönliche Gespräche. Oder wir haben ein eigenes Informationssystem erfunden auf den Inseln. Und das ist tatsächlich auch ein Hauptaufgabenteil von uns, den wir zu stemmen haben, zusammen mit dem Team von Nord Nordrhein. Naja, und wenn man die Tiere da dann sieht, auch dieser ganz Kleine, der da hingebracht wurde, und ihr müsst dann vor Ort entscheiden, das hat keinen Zweck mehr, wir müssen das Leid hier beenden. Das ist ja auch nichts, was man gerne macht. Nein, auf gar keinen Fall. Das hat ja auch mit Jagd oder so nichts zu tun, aber das gehört halt auch zu unserem Hegeauftrag, Tieren unnötiges Leiden zu ersparen. Das ist dann so. Das macht man natürlich nicht gerne, aber das ist halt eine notwendige Sache manchmal. Ja, und die Jäger sind eben die aktivsten Arten- und Tierschützer, die es gibt. Ja, gut, und das sind nur die Leute, die es können. Und diese Entscheidung zu treffen, ist nicht immer einfach. Das machen wir uns auch nicht einfach. Da halten wir auch oftmals Rücksprache hier mit der Station, was die von einigen Sachen halten. Es gibt heute moderne Medien wie WhatsApp etc. pp. Da kann man mal schnell so ein kleines Video oder einen Film hin und her schicken. Die haben ihr nötiges Fachpersonal, sprich Tierärzte und so weiter vor Ort, wo wir uns dann auch noch mal den ein oder anderen Tipp abholen. Aber im Endeffekt, die finale Entscheidung müssen immer wir vor Ort treffen. Und das ist nicht immer einfach. Ja, glaube ich sofort. Übrigens, hier sind ja auch so Löffel dabei, aber nicht zum Umrühren, sondern so wie Jonny das jetzt gemacht hat, um zu zeigen, dass er kein Tee mehr möchte. Ja, ja, und wir haben die Goldene, ne? Ja. Die hat offenbar noch keiner geklaut. Also ihr müsst bedenken, dass ihr vielleicht nochmal die Hose noch ein wenig mehr winkeln müsst. Aber die Nordseeluft ist schön, das Nordsee Wasser macht es schöner. Ja, da kommt die Maurerbräune. Ja, da kommt die Hose. Nein, Friede. Wo haben wir 30 Kilo auch noch nicht geworben? Nee. Na, Kleines? Wir sind jetzt zu Hause. Na? Okay. Wir sind schon von alleine. Wow. Super. Ich finde schon, dass das ein bewegender Moment ist. Ja, finde ich auch. Du, der hat es bei mir so schön gefunden, der will gar nicht. Also das sind jetzt ja keine Heuler mehr, ne? Das sind jetzt keine Heuler. Ja. Junge Seehunde werden ja feierbildbar von der Mutter nur vier bis fünf Wochen gesäugt. Ja. Und schon abgebissen ist. Also jeder junge Seehunde ist in einem Alter von vier bis fünf Wochen am Bett aufsicht alleine. Ach, krass. Ja. Man kann auch schön vergleichen, wie ähnlich Seehunde den Menschen sind. Da gibt es kleine Raketen wie den Bene und es gibt ziemlich apathische, lange Tiere wie Christian. Wie es nennt dazu keinen Namen. Ja. Kegelrobben, Dame, guck, was da für nette Damen und Jungs der andere hat. Ja. Das ist echt ergreifend, ne? Ja, ich finde das wirklich bewegend. Ja, guck mal, der rechte macht jetzt aber nicht die Beine hinten auseinander. Na, wieso macht er das nicht? Kegelrobben, Kontakt, schon Kontakt. Da, seht ihr den Kontakt zur Kegelrobbe? Du musst kriegen, der eine gesät sich schon zu dem anderen wäre gekommen. Ja, aber zu einer Kegelrobbe. Ja. Das sagt er. Ja, das steht da vor Gescheuern. Das ist ja doch. Das habe ich noch nicht gesehen hier. Dass tatsächlich eine Kegelrobbe als Begrüßungskomitee direkt Kontakt hat mit dem See. Ja. Wir haben jetzt vier Jungseehunde in ihre Freiheit entlassen. Ich fand es tatsächlich, wie ich es gerade auch schon mal gesagt habe, schon bewegend. Ja, wir wollen nicht zu sentimental werden, aber es ist schon natürlich was Besonderes, an so einer Aktion mal teilzunehmen. Dafür danken wir euch natürlich ganz herzlich. Vor allen Dingen den Wattenjagd-Aussehern, die sowas überhaupt möglich machen. Pinky und Jonny, großartig. Ja, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir haben heute wieder mal live erleben können, dass Jagd nicht Tiere totschießen ist, sondern Naturschutz bedeutet, ja auch Tierschutz bedeutet. Diese Tiere, die werden sonst ohne eure Hilfe und ohne das Auswildern irgendwo als Heuler auf der Strecke geblieben. Jetzt sind sie der Natur zurückgegeben worden. Ganz herzlichen Dank. Liked uns, folgt uns, bleibt ordentliche Jäger, weit man's heil. Und hori do. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.